Der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist kein Thema von gestern, sondern ist die Realität, in welcher wir uns gerade befinden und macht es umso schwieriger, das richtige Personal zu finden. Hi, ich bin Julia und heute gebe ich dir 5 Tipps mit, um die Personalsuche in der Gastronomie zu erleichtern und auch erfolgreicher zu machen. Zuverlässiges Personal und ein eingespieltes Serviceteam sind wichtige Grundvoraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf in deinem Betrieb. Doch die Personalsuche in der Gastronomie gestaltet sich durch den Fachkräftemangel in der Branche stets schwieriger. Attraktive Arbeitsbedingungen und Anreize helfen dir nicht nur dabei, neues Personal zu finden, sondern Mitarbeiter auch langfristig an deine Gastronomie zu binden. Die Arbeit in der Gastronomie ist häufig äußerst anstrengend und zugleich sehr stressig. Dabei können digitale Lösungen, wie zum Beispiel QR-Codes, Tischbestellungen, den Arbeitseintag deiner Servicekräfte vereinfachen und entlasten. Hinzu kommt, dass durch digitale Lösungen eine einfache Bedienung und eine zugleich geringere Fehlerquote erreicht wird, wodurch aufkommende Frustrationen bei deinem Personal vermieden werden und gleichzeitig die Mitarbeitermotivation gesteigert wird. Zusätzliche Anreize kannst du für dein Personal in der Gastronomie durch zum Beispiel kostenlose Getränke und Gratisverpflegung während der Arbeitszeit erreichen. Ein wichtiges Thema, was vor allem in der heutigen Zeit immer mehr an Wert gewinnt, sind flexible Arbeitszeiten. Aber auch faire Trinkgeldregelung und eine angenehme Arbeitsatmosphäre für Servicekräfte in der Gastronomie sind von großer Bedeutung. Um qualifizierte Mitarbeiter für dein Restaurant zu finden, solltest du eine ansprechende und strukturierte Stellenausschreibung erstellen. Diese sollte kurze, knackige Sätze und Formulierungen haben. Du solltest zunächst dein Restaurant kurz vorstellen und hervorheben, weshalb Mitarbeiter zu dir wechseln sollten. Was macht ausgerechnet dich anders als deine Konkurrenz? Vermittle zudem die Erwartungen an das neue Personal. Hier sollten konkrete Aufgabenbereiche deutlich werden und beschreibe, welche fachlichen Eigenschaften und Softskills zum Beispiel teamfähig oder kommunikativ du für die Position in deinem Gastronomiebetrieb voraussetzt und suchst. Qualifiziertes Personal überzeugst du von deinem Betrieb, indem du unter anderem nachfolgende Vorteile nennst. Zum Beispiel eine positive Arbeitsatmosphäre, eine Altersvorsorge oder Gratisverpflegung während der Arbeitszeit. Achte hier besonders auf die Benefits, was ein Mitarbeiter bei dir bekommt, wenn er in deinem Unternehmen beginnt. Zudem sollte die Stellenbeschreibung auch deutlich machen, wo Interessierte sich bewerben können. Nachdem deine Stellenausschreibung erstellt ist, versuchst du die richtigen Personen zu erreichen. Dabei bietet das Internet eine gute Möglichkeit, eine breite Gruppe an potenziellen Mitarbeitern zu erreichen und anzusprechen. Insbesondere, wenn wir eher junge Menschen erreichen wollen, ist das Internet vorteilhaft, da diese sich auf die Jobsuche im Internet konzentrieren. Veröffentliche offene Stellenausschreibung kostenlos auf deiner Webseite und sozialen Medien wie beispielsweise Facebook, LinkedIn und Instagram. Durch soziale Medien kannst du deine Ausschreibung zusätzlich bewerben und eventuell Personen in deinem direkten Umfeld erreichen. Zudem kannst du deine Anzeige bei gängigen Jobportalen für die Gastronomie wie Hotel Career oder Gastrojobs bei StepStone erstellen. Eine weitere gute Option ist, eine Stellenanzeige bei eBay-Kleinanzeigen zu schalten, denn diese sind auch kostenlos und haben ebenfalls eine gute Reichweite. Die Realität ist jedoch, dass als Gastronom kaum Zeit für eine umfassende Personalsuche in der Gastronomie im Tagesgeschäft bleibt. Doch um die Trefferquote zu erhöhen, qualifiziertes Personal für deinen Gastronomiebetrieb zu finden, ist es gut, diverse Plattformen zu nutzen. Neben der großen Vielfalt an Online-Möglichkeiten ist es auch hilfreich, auf dein persönliches Netzwerk zurückzugreifen. Vor allem in Gesprächen mit Freunden, Bekannten oder Mitarbeitern kannst du erwähnen, dass du geeignetes Personal für dein Restaurant suchst. Weite Empfehlungen sind eine bewährte Methode, um an neue Fachkräfte zu gelangen. Es ist zudem empfehlenswert, Belohnungen wie Gutscheine für dein Restaurant einzusetzen, um die Empfehlung anzukurbeln. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, deine Stellenausschreibung in deinem Restaurant auszuhängen. Aber auch in lokalen Zeitungen lassen sich Stellenanzeigen gut platzieren. Nachdem die ersten Bewerbungen eingehen und du Bewerbungsgespräche mit potenziellen Kandidaten führst, ist es wichtig, auch im Gespräch zu überzeugen. Es ist deine Aufgabe, für eine angenehme, entspannte Stimmung zu sorgen, sodass deine Bewerber sich wohlfühlen. Vor allem aufgrund des Fachkräftemangels in der Gastronomie ist es heutzutage wichtiger, einen guten Eindruck zu hinterlassen und mit Sympathie zu punkten. Wenn das Bewerbungsgespräch dich überzeugt hat, solltest du dir nicht zu viel Zeit lassen, sondern dich möglichst schnell mit einem Angebot zurückmelden. Wenn du erfolgreich qualifiziertes Personal während des Fachkräftemangels finden möchtest, solltest du versuchen, diese fünf Tipps zu etablieren. Wenn das Video hilfreich war, hinterlass ein Like und abonnier gern unser Kanal für weitere Tipps und Tricks in der Gastronomie. Bis zum nächsten Mal!